Lasst uns gemeinsam beten. Heiliger Geist, wenn ich denke, dann bitte ich jetzt darum, nur Gedanken der Vergebung zu denken, für eine sanfte, liebevolle Welt in mir, bis dass ich nur noch einen liebevollen Gedanken Gottes denken kann, in dem ich mich vollständig als der heilige Sohn Gottes selbst anerkenne, der im Reich Gottes, dem Himmel in mir, zu Hause ist und dort still in Ewigkeit ruht. Ich bitte jetzt darum, nur die Wahrheit wahr sein zu lassen, Gottes Ideen, dass sich in mir nur Liebe widerspiegelt, da ich nur Liebe bin, über Zeit und Raum hinaus. Der heilige Augenblick der Erlösung ist jetzt. Ich will sie nun annehmen und als die Sühne akzeptieren. Der Himmel in mir ist immer genau hier und jetzt. Gottes Gegenwart ist in diesem Moment gegeben. Nur mit ihm ist wahrer Fortschritt möglich, denn nur seine Liebe zeugt von wirklichem Nutzen. So will ich seine Liebe durch mich wirken lassen, mein Vertrauen darin entwickeln und den ewigen Frieden darin erfahren. Immer weiter, immer tiefer. Danke, heiliger Geist, für all deine Führung, Begleitung und deinem mächtigen Glauben an mich, dem einen Sohn, der Christus, der einzigen Wahrheit. Amen. Alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wieder. Und von denen ich denke, Qui dort hood